Wir sagen Schluss mit Bieten-Wahnsinn. Seit dem 26. Februar werden Unterschriften gesammelt für das Volksbegehren, Deutsche Wohnen und Co. enteignet. Die Linke Berlin unterstützt das Volksbegehren. Wir treten ein für eine Stadt mit bezahlbaren Mieten für alle. In Manzahellersdorf werden wir in den nächsten Wochen viele Unterschriften sammeln. Wenn auch ihr das Volksbegehren unterstützt, macht mit. Wir werden gemeinsam das Ding rocken, gemeinsam viele Unterschriften sammeln, damit wir am 26. September in Berlin über das Volksbegehren abstimmen können.